Hallo liebe Jackie Community und herzlich Willkommen hier auf der Burg Kapfenberg. Wir schauen uns heute eine Greifugenschau an und dann eine Ausstellung zu Kreuzzügen und Alchemie. Anschließend geht's fürs Mittagessen zum Burgheurigen. Mein Name ist Antonia Braschel. Ich bin hier Zooleiterin und Falknerin. Das heißt ich kümmere mich um alle administrativen Dinge und dass es den Vögeln gut geht. Wir haben von Mittwoch bis Sonntag geöffnet. Da können die Besucher kommen. Nicht nur die Volieren anschauen, sondern eben auch die Flugvorführung. Was natürlich besonders schön an meinem Job ist, ist die Arbeit mit den Tieren zusammen. Tiere haben natürlich eine ganz eigene Sprache. Tiere sind sehr, sehr ehrlich. Es ist eine sehr ruhige Arbeit, bei der man selbst auch sehr entspannt sein kann. Oder ein Elixier für Schönheit. Einemal, das ist eine sehr wichtigste Übung. Einemal, das ist ein sehr wichtiges Stift. Mein Name ist Frater Markus, ich bin jetzt seit dem 3. April diesen Jahres Nubizium Stift Abmond. Das heißt, ich bin in der Einführungsphase des Mönchseins. Ich werde unterrichtet darin, was dass ein Mensch zu wissen hat, was alles seine Aufgaben sind, wie dieses Leben konkret abläuft und werde so dann durch die verschiedensten Aufgaben vorbereitet. Das ist beispielsweise durch den Regelunterricht, durch den Satzungsunterricht, aber auch Unterricht in der Hausgeschichte. Dieses Haus hat ja doch eine sehr, sehr lange Geschichte. Das sind jetzt fast 950 Jahre, wo das Stift Admund schon existiert, hier an diesem Ort gelebt und gebetet wird. Hallo liebe Jackie Community, herzlich willkommen hier im Stift Admund. Kommt mit und besucht mit uns die berühmte Stiftsbibliothek. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.